Jakobus der Gerechte war als Bruder des Herrn eine zentrale Gestalt der Jerusalemer Urgemeinde. Herrenbruder Jakobus wird von Paulus als der Bruder des Herrn bezeichnet. Er steht in MK 6,3 ELB und MT 13,55 ELB als erster in der Reihe der vier Brüder Jesu von Nazareth. Daraus kann geschlossen werden, dass er der älteste Jesusbruder war. Die Entscheidung, ob mit Brüdern leibliche Brüder oder nahe Verwandte gemeint sind, wurde in der Exegese lange diskutiert. Die traditionelle katholische Exegese verwies auf die doppelte Bedeutung des aramäischen bzw. griechischen Ursprungswortes sowie auf die in MK 1547 ELB MK 16,1 ELB genannte Maria, die definitiv nicht die Mutter Jesu war und auf deren in MK 15,40 ELB genannte Söhne Jakobus und Joses, die mit den zwei ersten Brüdern aus MK 6,3 ELB im Namen übereinstimmen. Daher sah sie in den Herrenbrüdern entweder Stiefbrüder aus einer früheren Ehe Josefs oder Vättern Jesu. Der Großteil der Forschung ist mittlerweile bereit, in Jakobus einen leiblichen Bruder Jesu zu sehen. Daher ist der Herrenbruder wohl weder mit Jakobus, dem Sohn des Alfeus, noch mit Jakobus, dem Kleinen, der in den Evangelien nur dem Namen nach erwähnt wird, identisch. Leben Vom frühen Leben Jakobus ist wenig bekannt. In MK 3,21-35 ELB und JH 7,1-10 ELB wird von Jesu Brüdern gesagt, sie hätten nicht an Jesu Sendung und Anspruch geglaubt. Ob dies tatsächlich der Fall war oder an der programmatischen Absicht der Evangelienschreiber liegt. Jesus in die Tradition der in der Heimat abgelehnten Propheten einzureihen, bleibt fraglich. Im Hinblick auf ein Score 15,7 ELB wird zumeist angenommen, dass Jakobus nach einer Auferstehungserscheinung zum Glauben gekommen ist. In APG 1,14 ELB erscheinen die Brüder Jesu im Kreis der Gläubigen und Paulus trifft bei seiner ersten Jerusalemreise im Jahr 35 n. CHR Neben Petrus auch Jakobus. Obwohl ihm als einem von Vieren in der urchristlichen Gemeinde eine Sonderoffenbarung des Auferstandenen zu erkannt worden war, spielte er offenbar in der Jerusalemer Gemeinde unter der Leitung des Petrus keine besonders herausragende Führungsrolle. Erst als während der Verfolgung durch König Herotz Agrippa I. Im Jahr 42 n. CHR Der Zebedei, die Jakobus getötet wurde und Petrus aus Jerusalem floh, übernahm offenbar Jakobus die Leitung der Gemeinde. Dies legt sowohl der Auftrag des Petrus in APG 12,17 ELB nahe als auch die Berichte über das Apostelkonzil um das Jahr 48 n. CHR In den biblischen Berichten zu dieser Versammlung wird Jakobus als herausragende Führungspersönlichkeit der Gemeinde gezeichnet. Paulus nennt ihn in Galt 2,9 ELB neben Petrus und Johannes eine der drei Säulen der Jerusalemer Gemeinde und in APG 15,13 ELB tritt er mit Autorität. In die Debatte ein. Mit großer Wahrscheinlichkeit übernahm er nach dem Weggang des Petrus nach Antiochia um 49,50 n. CHR Die alleinige Leitung. Als Paulus etwa 58 n. CHR Nach Jerusalem kam, um die Kollekte der Mischensgemeinden zu überbringen, wurde er von Jakobus und den Ältesten empfangen. Vermutlich im Jahr 62 n. CHR berief der sadduzische Hohepriester Hannas II, das Synhedrium ein Umlaut Flavius, Josefus, Jakobus und einige andere der Gesetzesübertretung anzuklagen und zur Steinigung zu verurteilen. Das Urteil wurde vollstreckt, obwohl die Pharisäer im Rat protestierten und schließlich auch beim römischen Stadthalter Albinus die Absetzung Hannas erreichten. Da im Jahr 62 n. CHR ein Wechsel des Prokurators von Judea von Porcius Festus hin zu Luceus Albinus stattfand und Albinus den Hohen Priester nach der pharisäischen Intervention absetzte, ist es wahrscheinlich, dass Hannas als Hohepriester in dieser Vakanzzeit sich und dem Synhedrium das Ius Pönikapitis widerrechtlich angeeignet hatte. Jakobus, Nachfolger in der Leitung der Jerusalemer Urgemeinde wurde nach Eusebius Simeon, Sohn des Klopas und nahe Verwandter Jesu. Theologische Position In der nach- und außerkanonischen Literatur wird seine Treue zur Tora betont. Etwa im Bericht des Josephus oder wenn ihn das Thomas Evangelium als Jakobus den Gerechten bezeichnet. Im Gegensatz zu Paulus und Barnabas und bald auch zu Petrus vertrat Jakobus offenbar eine streng judenchristliche Haltung in der Frage des Umgangs mit bekehrten Nichtjuden. In Galt 2,12 AEU spricht Paulus davon, dass Leute des Jakobus sich in Antiochia gegen die Tisch- und Mahlgemeinschaft von beschnittenen Judenchristen mit Unbeschnittenen gewendet haben. Ob Jakobus tatsächlich Initiator dieses sogenannten antiochienischen Zwischenfalls war, bleibt fraglich. Wahrscheinlich ist jedoch in der Tat, dass die Befürworter einer Beschneidung von neu bekehrten Christen aus griechisch-römischer Tradition sich durch die theologische Haltung des Jakobus in ihren Forderungen zumindest bestärkt fühlen konnten. Auch ob die sogenannten Jakobus-Klauseln der lukanischen Darstellung des Apostelkonzils tatsächlich auf Jakobus zurückgehen und auf dem Apostelkonzil beschlossen wurden oder erst jüngeren Datums sind, ist nicht eindeutig. Jakobus sah offenbar die Urgemeinde weiter als Teil des Judentums. Gegen Paulus als Exponenten der Beschneidungs- und torafreien Heidenmission wollte er die kultischen und rituellen Verpflichtungen aus der Tora auch auf die neu bekehrten Nichtjuden angewendet wissen. Josefus berichtet davon, dass Jakobus aus diesem Grund offenbar in hohem Ansehen bei den Pharisäern stand. Jakobus wird die Verfasserschaft des kanonischen Briefs des Jakobus und des apokryphen Protivangeliums des Jakobus sowie des Briefs des Jakobus und zweier Apokalypsen aus dem N.A.G. Hammadi-Kodex zugeschrieben. Die moderne Exegese hält die Verfasserschaft des Herrenbruders beim kanonischen Jakobusbrief heute überwiegend für unwahrscheinlich und schätzt den Brief als eine pseudepigraphische Schrift aus der Zeit um 100 n. C.H.R. Ein, die gleichwohl der theologischen Schule des Jakobus nahe steht. Das Protivangelium ist sicher nicht von Jakobus, sondern vermutlich Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden. Der apokryphe Jakobusbrief wird ebenso in die valentinianische Gnosis eingeordnet wie die beiden Apokalypsen. Das sogenannte Jakobus Ossua 2001 wurde ein vermeintliches Jakobus Ossua entdeckt, von dem eine Untersuchungskommission allerdings 2003 zu dem Ergebnis kam. Es handele sich dabei um eine Fälschung. Trotzdem geriet das Ossua 2007 wieder in die Medien. Als der Filmproduzent und Regisseur James Cameron in seinem sehr umstrittenen Film »Das Jesus Grab« behauptete. Nachwirkung Die katholische Kirche feiert den Gedenktag des Herrenbruders, den sie in ihrem heiligen Kalender mit Jakobus dem Jüngeren identifiziert, am 3. Mai Die evangelisch-lutherische Kirche in Amerika und die lutherische Kirche Missouri Synode feiern seinen Gedenktag in deutlicher Unterscheidung von Jakobus, dem Sohn des Alphois, am 23. Oktober In der Ostkirche wird der Gedenktag entweder am 23. Oktober oder am Sonntag nach Weihnachten begangen. Als Heiliger wird er mit einer Walker-Keule als Zeichen seines Martyriums abgebildet. Eine Kopfreliquie des Herrenbruders wird in Ankona verehrt. Die Verwandtschaft mit Jesus von Nazareth brachte dem Herrenbruder Jakobus eine Reihe populär wissenschaftlicher Darstellungen und auch den Roman Jakobus, Stiefsohn Gottes von Nikolaus Gelatauer ein.